Wer seid ihr? Einer, der aus Hass und Neid zum Uni wurde. Abeno Seimei. Wenn ihr Hass gegen mich hegt, dann seid ihr nicht der Einzige. Komm! Vertreibe das Unheil! Ihr seid Abeno Seimei, nicht wahr? Hört zu, mein Name lautet Minamoto no Hiromasa. Könntet ihr mir helfen, den Ochsenkarren zu vernichten? Wegen etwas so Langweiligem seid ihr hergekommen? Wie könnt ihr das sagen? Auf welche Weise wollt ihr diesen Oni verjagen? Die Dämonenjagd ist keine einfache Angelegenheit. Ein Oni muss bis tief in sein Herz hinein exorziert werden, Höt'i. Du bist immer noch wunderschön. Seht mich bitte nicht an, meine Hässlichkeit! Sind auch Oni in der Lage, Trauer und Liebe zu spüren? Was für ein gutmütiger Mann ihr seid. Hallo Seimei, du bist echt zu mir gekommen. Wer ist diese Frau? Aschia-Doma. Sagt mir, aus welchem Grund werden Menschen zu Oni? Sehnsucht, Besessenheit. Wenn sich diese unaufhaltsamen Gefühle im Herzen eines Menschen anstaunt, sind sie nicht mehr zu retten und verwandeln sich unweigerlich in Oni. Brin, Bier, Tu, Char, Coyle, Schip, Brezso, Kai, Tendor! Seimei, ruft sofort! Seimei hier!